Liebe Freunde der steirischen Harmonika, mein Name ist Luis Bremer, Verkäufer bei Michelbauer und ich darf euch heute das neue Modell aus der Modellreihe Natura von 2021 vorstellen. Wir haben hier eine Natura in Zirbe mit diesem typischen Zirbenholz mit den rotbraunen Ästen, das eben bezeichnet ist für diese Holzart. Wir haben für die Naturmodellreihe ein Holzverdeck drauf mit gedrechselten Holztrompeten, mit gedrechselten Holzfüßen und eben Massivholzverdeck. Wir haben einen schönen braunen Balg, wir haben Gold, also Altgoldbeschläge drauf und schöne Knöpfe, dunkle schwarze Knöpfe aus Büffelhorn. Ein sehr natürliches Bild insgesamt und wenn man die mal öffnet, dann kommt ein schönes gold-gelbes Balgpapier zum Vorschein, was wirklich ein wunderbares, gleichmäßiges Bild ergibt. Also optisch ein wunderbares Modell. Hier sieht man den Bassriemen in einem dunkleren Braun. Ja, dieses Modell hat SuperDural Stimmzungen drin. Das sind eben die Stimmzungen, die wir bei Nowak fast in alle Modelle einbauen, weil die einfach sehr gut klingen, sparsam im Luftverbrauch sind und sich nicht allzu sehr auf den Preis niederschlagen. Einfach eine gute Qualität zu einem vernünftigen Preis. Diese Modelle gibt es natürlich in unseren bekannten Stimmungen B, S, A, S und G, C, F, B und auf Anfrage natürlich auch in allen anderen Stimmen. Standardmäßig wird unser Michelbauer System ausgestattet, also mit den Kastenmarkierungen, die sind schon drauf, C-Bass markiert. Wir haben natürlich die Moll-Akkorde auf Zug drauf und einen X-Bass und einen H-Bass. Bei diesem Modell ist kein Jubiläumssystem mehr drauf, also das ganz normal gewohnte Michelbauer System. Ja, und wenn wir da dann ein paar Töne spielen, dann hören wir auch gleich, wie wunderbar seidig und warm diese Natur mit Harmonika klingt. Ja, und wenn wir da dann ein paar Töne spielen, dann hören wir auch gleich, wenn wir da dann ein paar Töne spielen. Ja, und wenn wir da dann ein paar Töne spielen, dann hören wir auch gleich, wenn wir da dann ein paar Töne spielen.